Ich freue mich so sehr auf unsere gemeinsame Zukunft als Ehepaar und vor allem darauf, wenn du die Mutter unserer Kinder wirst. Du gibst mir so viel Kraft und Mut. Du tröstest und unterstützt mich in allem, was ich mache. Du bist mein sicherer Hafen, mein bester Freund und Seelenverwandter. Ich bin so dankbar, dass wir immer zusammengehalten haben, egal wie schwer die Zeiten waren. Angekommen, das empfindest du, Anne, wenn du in Jesses Augen schaust. Und diesen Blick, den ihr zwei heute füreinander habt, dem könnt ihr jeden Tag aufs Neue begegnen. Aufgehoben und angenommen im Blick des Anderen. Manchmal ist vielleicht ein Tränchen mit dabei, vielleicht auch aus Freude, so wie heute, aber ganz sicher immer aus Liebe. Schaut aufmerksam hin, denn ihr habt das große Glück, im Blick des Anderen euer Zuhause gefunden zu haben. Amen. Amen. Untertitelung des ZDF, 2020